Mein Name ist Eden, Eden Blake, Blake wie Black und Black wie Black Mamba. Ich bin Licht und Schatten, Schatten und Licht, mein Team vertraut mir. Unser Job ist es das zu tun, was getan werden muss. Wir machen Jagd auf den Tod, menschlichen Abschaum in all seinen Verkleidungen. Ohne Gewissen, ohne Skrupel und ohne Erbarmen, stets gegenwärtig und gefräßig. Wir sind Profis, eine kampferprobte Eliteeinheit. Unsere Narben waren lange Zeit verborgen, aber nicht vergessen. Wir alle verfügen über besondere Fähigkeiten. Meine Gabe ist die des Sehens. Ich sehe in die Vergangenheit und sehe in die Zukunft. Erkenne die Verbindungen in allen Welten. Sehe Dämonen, finde Helden oder wie ich sie nenne, Diamanten. Dann ist da Red. Red ist heiß. Sie ist so heiß, so heiß wie das Feuer. Und sehr leidenschaftlich. Verführerisch. Red ist Geborgenheit. Red ist aber auch immer ein bisschen Wut. Hungrige Wut. Impulsiv und eigenwillig. Blue ist cool. Sehr cool. Und smart. Er sieht verdammt gut aus. Blue ist Vertrauen. Blue ist aber auch Stahl. Ehrlicher Stahl. Eiskalt und unerbittlich. Green ist unser Brain und ein Nerd. Er ist unser Backup und Safehouse. Und dann? Dann ist da noch Grey. Grey ist ein Einzelgänger. Angriffslustig und unnahbar. Er ist ein Phantom. Ein sehr reiches Phantom. Kommt und geht wie der Wind. Ein Hauch von Luft. Und dennoch gehört er zu uns. Grey ist unsere Bank. Er finanziert unsere Einsätze. Zusammen ergeben wir die perfekte Mischung. Unbeugsam und unbezwingbar. Die Abwesenheit des Todes ist das Leben. Und jede Hölle hat ihren Himmel. Ein Jordan. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gehen wieder in den windingen short-windhmen. Untertitelung des ZDF, 2020